So, dann schauen wir uns mal hier 10 Spiele an. Auf geht's. So, dann schauen wir uns mal. So, dann schauen wir uns mal. So, dann machen wir hier ein paar Runden. So, dann schauen wir uns mal. 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 So, dann schauen wir uns mal hier ein paar Drehungen machen. So, dann schauen wir uns mal. 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 So, dann machen wir uns mal. So, dann Enterdeck. So, dann schauen uns mal, wenn wir uns mal am nicht so viel mit mal auch nicht so schnell kann gehen dann schauen wir mal bei Koms Tempel rein die Komsen die Komsen die Komsen Okay, no, no, voilà. Okay, no, let's go. Das war's für heute. Und die Nummer 30, oh ja, besser wie nix. So, dann schauen wir nochmal auf, was hier was am Stauben können. Wild Spirit, 2.110 Linien, los geht's. 1. 2. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 8. 8. 9. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. So, dann gibt es hier eine Freispielrunde, 1 Euro Einsatz. So, dann geht es hier. Na, das ist ja mal wieder eine niedliche Runde hier. Nichts zu holen. So, dann gibt es hier mal 10 Fallspieler. Ach, das ist ja mal wieder eine niedliche Runde. So, dann gibt es die Runde hier Einnahmen, die ohne Rad abbelle. Oh, es braucht mal so ein Ding hier in der Mitte. Nicht ganz die Mitte. Na ja, es ist ja dürftig. Und weil es ist dran, los, hauptvoller Top hier. Oh, es ist ja. Hm. Oh, es ist ja. Oh, es ist ja. Oh, es ist ja. Ah, nehmen wir mal, machen wir zumindest ein paar Drehungen mehr. Ah, die gewonnen, so zerwonnen oder was? Einmal nischt. So, dann mal hier 10 Freispiele. So, dann noch mal hier 6-4-4-4-5-4-0. So, dann mal hier 10-4-5-5-6-0. So, dann mal hier 10-4-5-0. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nicht mal Vierer, ey! Schweinerei! Letzte Chance, da ist ein Vierer! Na ja! 80 dazu! Ui! Lups! Mal angestellig! Mal angestellig! Keine Sieben! Schade! Keine Sieben! Keine Sieben! Schade, schade! Dann sind es 130. Na ja, was soll's her damit? Ooooooh! Dann machen wir mal hier heute ein paar Drehungen. Ob der was auspackt? Gladiators! Sechser! Sechser! Schrot! Schade! Schade, schade! gut Pischwell! Schade! Schade! Hau ich mich nicht von den Socken hier. Gut, wir werden mal ein Spiel wechseln. Und ein Lenschen Magic Tree. Äh, glückchen, gelb, zwei Stück. Lückchen, gelb, zwei Stück. eine hip-slow